oder hier muss man gucken kann nicht anklicken schade hier kriegen wir sowieso nicht dahinter also kann man auch den bürgermeister einbauen bürgermeisterhaus bitteschön und gibt es da geschlossen ja ja ist klar wird jetzt hier wieder von randale 15.000 leute ja machen wir kein problem abwasser so da werden die begeistert sein also im wahrsten sinnes worte so population steigte hier dramatisch an 1 2 1 2 links was ist das denn? ich wollte schon monstertrack rallye sie sollten das messegelände aufbauen, äh aufstellen, ja später steigt das hier aber explosionsartig an? nicht schlecht zu wenig abnehmerverlieferungen wett, 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 wett ich soll ein handelsdepot bauen ja komm krieg da noch ein bisschen krieg da noch ein bisschen die werbegebiete hier dazu so, brauchen wir immer noch keine polizei? nö so, was haben die hier für ein problem? immer noch zu viel verletzte na pfff ich bin noch böse weil wir keinen strom hatten jejeje wir wollen Abnehmer die wir liefern können oh, 15.000 schön upgrade und da graben wir natürlich selbstverständlich auf unsere Versorgungsabteilung ab Moment mal damit wir Kläranlagen unseren Krempel alles bauen können zack und das werden wir dann auch bald machen ich muss mal gucken, wo wir Wasser anbauen werden äh abbauen hier wäre ja fast günstig weil so viel Wasservorrat haben wir hier leider nicht auf der Karte hier ist auch noch was, da oben ist auch noch was hier in der Mitte ist was? nö ja hier ist ja fast noch am besten mal kostet mich der Spaß 44.000 aber die Kläranlage ist mir eigentlich wichtiger die kostet 64.000 die hätten wir auch gerade so am Start das Problem ist ja, dass man da ein bisschen auf Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung, ne eigentlich nur auf Bodenverschmutzung achten muss klub die Beuk hier einfach mit hin bauen wir erstmal eine Street hier hin zack so, dann können wir die nämlich abreißen die Binnen-Stinkteile hier so besser viel besser so, fließt die Scheiße jetzt da nur hin achso, die brauchen ja noch Leute ja, ja verstehe jetzt jetzt geht der Saft drin Kläranlage von Maxis mhm steht auch echt innerdauer auf der Brüstung und kontrolliert die Sache mhm schön so, was gibt's hier alle chick, alle dude ähm, aber wir müssen mal hier die Industrie, müssen wir auch, ne und so die Straßen upgraden damit die auch ein bisschen wachsen können damit die auch ein bisschen wachsen können und das tun sie auch sofort sehr schön so, machen wir alle gleich komplett hier und wir nachher nicht nochmal irgendwie zwischen eiern müssen so halt ich denke mal, wir haben alles erwischt, war so, wenn wir hier mal gleich noch eine Straße runterziehen ich bin dann auch mal ein bisschen entspannter so, kann man eigentlich nur schon ne, kann man noch nicht 800 brauchen wir dafür boah 713 von 1123 alter Schwede die Schule ist ja schon wieder über überlastet krass das ist doch korrekt, ich sage naja naja ja komm so die ist jetzt maximal ausgelastet sprich, wir müssen uns ja demnächst hier mal um was größeres wie ein Gymnasium kümmern alter wir brauchen mehr krankenwagen doch, das war halt mit krankenwagen man sagt die kapazität, die ist okay dann haben sie aber schön fett gebaut hier aber man sieht, es ist nicht richtig ausgelastet hier steht halt noch so noch nicht so wie hier so wie hier ist optimal das ist ja gut zu wissen ein bisschen drauf achten oder so wie hier das ist dann so, dass da dann einfach die Komplexe dastehen Pension Avalon 3 Hä? so Einwohner haben wir mittlerweile 1.222.000 Straßenproblem naja es geht irgendwo muss man dann mal eine Hauptstraße ziehen damit wir da nicht unbedingt so sehr in Probleme wird wahrscheinlich hier werden werden wir da gleich mal markieren so 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 wir wollten ein Gymnasium bauen war so angedacht das werde ich wahrscheinlich hier hin bauen ich würde sagen so 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 Bus haltestellen hatten sie alle ja so dem dem wirken wir entgegen so ab wasser läuft ab wasser läuft strom da wollen wir hier noch eine straße ziehen machen wir mal so und dann machen wir das mal so machen wir das nicht weil wir machen das anders wir machen das so ja es ist auch erst mal ja also zu wenig sind wir uns wir sind mit strom ein schöner marsch so muss man mal kurz moment warten so mal gucken was das ding hier angeht und dann musst du passen jo passt so sieht ja schick aus was gibt es hier mit brand gibt es wieder kohle war 50.000 ja machen wir natürlich so kein problem dann können wir gleich mal die feuerwehr noch upgraden ach wir haben ja hat kostet 15.000 na gut dann machen wir schnell 15.000 also man kann ruhig breiter bauen also hier die die felder ungefähr so wie hier oder so wie da so ihnen hier schon welche rinden ach schulbusse mensch schulbusse sind ja ganz wichtig kostet 15.000 aber hier steht das ding gymnasium das kraften sehen ja nicht gut aus gerade hier so in dem bereich aber draußen ist noch kein stau also so kriegt er das hin ein Koffer. Oh, jetzt, 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 jetzt Polizei. Ach, hey. Sechs Sims. Ich bin begeistert. Jetzt ist auch noch Krankenhaus. Alter, macht hier keinen Mist. Mal gucken, ob wir das schaffen. Kann er denn jetzt schon große Krankenhaus bauen? Das geht nicht. Also können schon, aber das so sinnvoll ist. So, jawohl, da ist die Kohle. Okay, wir müssen jetzt eine Feuerwehr, äh, eine Polizei, eine Polizeirevier. So. Die haben zwei Streifenwagen. Na, komm, kriegt er noch einen dazu. Beziehungsweise zwei noch dazu. So. Dann sind wir erstmal, äh, da, mit den allgemeinen Versorgungsobjekten durch. Ne, ich baue jetzt nix hier. Kannst abhaken. Busnetz. Kein Platz. Da sagt er hier so die Zufriedenheit. Was? Wir wollen Abnehmer, an die wir verliefern können. Ja, ja. Alles grün. Aber das senkt sich. Geschäft läuft gut. Ja, hier treiben sich zu viele Kriminelle rum. Eben, es sind Verbrechen, wo die ihr verübt. Und das wurde auch gerade, ne? Passiert, wenn ich das hier wegnehme und das zusammenlege. Das muss doch eigentlich machbar sein. Probier ich doch glatt mal. So. Da wird sich jetzt wahrscheinlich nichts ändern, aber da können wir ja mal nachhelfen. Und dann können wir das mal genau beobachten. Inwieweit sich das verändert? Hoher Bedarf Gewerbegebiete. Schön. Der Verkehr ist ein Albtraum. Schön. Die so alle verlangen. Ja, das ist echt unglaublich. Weil wenn nämlich die das hier jetzt wie optimal bauen, können wir hier auch noch mal die Linie rausnehmen und vielleicht hier so. Ja. Ah ja, hier vielleicht nicht. Mal gucken. 115.000 Aber schon, alter Schwede. Ich soll jetzt einen Bus jetzt bauen? Überlegt gerade, Weil es jetzt Müll.